In dieser Aufgabenstellung sollen wir eine Zweierkomplementdarstellung bearbeiten mit 8 Bit. Das ist eine sehr knappe Aufgabenstellung, aber daraus muss man schon schließen, dass es sich hier um eine Binärzahl handelt. Das Signalwort dafür ist Bit und dass es sich ums B-Komplement handelt. Also die Basis beträgt 2 im Binärsystem und die Anzahl der Stellen ist 8. Das sollte man sich immer zu Beginn notieren und jetzt sollen wir die Darstellung und den Wert des größtmöglichen und der kleinstmöglichen Zahl bestimmen. Nun kann man entweder erst die Darstellung und dann den Wert daraus schließen oder erst den Wert berechnen anhand einer Formel und dann die Darstellung daraus schließen. Wir werden jetzt erst ersteres machen. Daher überlegen wir uns, eine positive Zahl ist die größtmögliche Zahl und jede positive Zahl in der Komplementdarstellung im Zweierkomplement beginnt mit einer 0 und die restlichen Stellen fülle ich mit einer 1 auf. Das ist die Darstellung der größtmöglichen Zahl und da sehe ich schon, das ist die plus 127. Die kleinstmögliche Zahl, die muss mit einer 1 beginnen, damit es eine negative Zahl ist und die restlichen Stellen fülle ich mit einer 0 auf, denn beim Umdrehen werden die ja dann zu einer 1 und so erhalte ich dann da meine größtmögliche Zahl. Um jetzt zu schauen, welche Zahl das ist, können wir sie uns nochmal notieren und im Zweierkomplement drehen wir das Ganze um und addieren anschließend 1 dazu. Daher ist das die minus 128, der kleinstmögliche Wert. Und diese Zahlen liegen recht nah beisammen und wie wir die hätten schneller berechnen können, wäre für den größtmöglichen Wert, wäre die Formel gewesen b hoch n geteilt durch 2 minus 1. Das wäre in diesem Fall 2 hoch 8 geteilt durch 2 minus 1 und das ist dann gleich plus 127 und für die kleinstmögliche Zahl hätten wir dann einfach nur b hoch n durch 2 berechnet und das wäre dann minus 128. Gut, das war Aufgabe a, Aufgabe b ist die Darstellung der minus 72, dafür überlegen wir uns erst, wie die plus 72 im Binärsystem aussieht. Das wäre ja nichts anderes als 64 und 8 und ganz wichtig jetzt, wir müssen hier unbedingt beachten, dass wir 8 Stellen verwenden, denn das ist jetzt die Darstellung der plus 72 und wie immer im B-Komplement drehen wir das Ganze um und addieren 1. Gut, in dieser Aufgabe geht es jetzt um b minus 1 Komplement Darstellung und da funktioniert eben diese Formeln nur noch zur Hälfte, denn im B-Komplement müssen wir hier auch minus 1 machen. Vielleicht macht euch jetzt das minus 1 hier oben auch ein bisschen mehr Sinn, warum wir b minus 1 sagen und dabei ist ja das hier der größte Wert und das hier der kleinste Wert gewesen. Wir können das jetzt hier einfach mal einsetzen, unsere Basis ist 6, es geht um 4 Stellen, also b gleich 6, n gleich 4. Das heißt, wir haben hier 6 hoch 4 geteilt durch 2 minus 1 und das ist die 647 und hier haben wir 6 hoch 4 geteilt durch 2 minus 1, genau dasselbe. Jetzt schauen wir uns aber auch die Darstellung an, jetzt könnte ich entweder das Horner Schema verwenden, aber das machen wir dann bei der Darstellung der 72. Wir überlegen uns jetzt nochmal, ohne dass wir schon wissen, was die Werte sind, wie schauen die Zahlen hier aus? Wir haben 6, die Basis 6, das heißt wir haben 6 verschiedene Zahlen, dabei handelt es sich um die 0, die 1, die 2, die 3, die 4 und die 5. Dabei sind das hier die Zahlen, die positiv sind und das hier sind die Zahlen, die negativ sind. Jetzt um die größtmögliche positive Zahl darzustellen, würde ich hier mich für die größte Zahl entscheiden, also die 2 und die restlichen Stellen würde ich dann einfach mit der größtmöglichen Darstellung der 5 auffüllen. Und bei der kleinstmöglichen Zahl gehe ich ähnlich vor, ich möchte, dass nach dem Umdrehen der größtmögliche Wert dort steht. Jetzt, damit es aber eine negative Zahl ist, kann ich nicht mit der 0 beginnen, sondern ich könnte mit der 3, 4 oder 5 beginnen und die 3 wäre nach dem Umdrehen der größtmögliche Wert und die restlichen Stellen fülle ich dann mit der 0 auf. Aufgabe B wäre die Darstellung der minus 72. Dafür überlegen wir uns auch erst wieder, was ist die 72. Da verwenden wir jetzt das Horner Schema. Die 72 passt dabei 12 malen die 6. Rest 0. Anschließend notieren wir uns die Zahlen von unten nach oben. Und jetzt wieder ganz wichtig, beachten, dass wir hier 4 Stellen haben. Es handelt sich um eine negative Zahl, die drehen wir dann noch um. Das heißt, die 0 wird hier zur 5. Die 2 zur 3. Und dann addieren wir noch, addieren wir nicht 1 dazu. Denn es handelt sich ja hier ums b-1 Komplement. Das heißt, an der Stelle sind wir fertig. Die minus 72 Dezimal ist im 6er, im 5er Komplement Darstellung die 5, 3, 5, 5.